Oh Gott, Alter, diese Folge, Junge, die hat aber ganz anders reingeschabelt. Nicht immer sind Unterleibsschmerzen ein Grund zur Sorge. Ich war so manches Mal einfach kurz davor, meine Infestatur gegen den Bildschirm zu donnern. Aber natürlich nur wegen so viel Spaß an der Freude. Oh Gott! So und dann mal herzlich willkommen zurück zu der liebe kleine Gregory gegen's gemeine Robo-Vieh hier im Super-Duper-Ich-Fress-Deine-Kids-Zum-Frühstück-Entertainment-Area-Powered-By-Frederic-Fespiers-Pizza-Oder-Whatever-The-Fuck. Ich habe keine Ahnung. Was müssen wir eigentlich tun? Schauen wir doch mal kurz auf unsere Faz-Watch. Oh stimmt, wir haben jetzt die Kameras am Start. Da ist noch irgendwie ein... Da oben, da können wir noch ein Geschenk raus isst die Bitsin. Aber was müssen wir denn machen? Befreie Freddy. Entkomme. Cool. Sicheren Weg. Ihr habt eine E-Mail bekommen, Leute. Ich habe keine E-Mail bekommen. Ihr habt eine E-Mail bekommen. Damit das schon mal klar ist. Sicheren Weg zum Haupteingang finden. Nachrichten. Nachrichten lesen. Keine Nachrichten. Oh geil. Danke, Faz-Watch. Mist, ich hätte die updaten müssen. Eine Karte habe ich noch nicht. Ich gehe wahrscheinlich dann erstmal dahin und schauen wir mal. Das müsste ja... Ich gucke doch in die Richtung, oder? Oh. Wieso habe ich denn jetzt... Wieso habe ich denn jetzt hier eine andere Kamera? Ich dachte, ich bin immer noch hier. Moment. Da, da muss ich hin. Also direkt hier lang wohl irgendwie. Komme ich da irgendwie rein? Ist das das? Orientiere ich mich hier gerade richtig, oder? Hm. Mist, Alter. Nur autorisiertes Personel. Fressen die mich? Halt! Hey, ich möchte es nicht herausfordern. Ich möchte ihnen auch nicht wieder den fucking Fußboden schlammig latschen, oder so. Also lasse ich das mal lieber. Oh, hier kann ich speichern. Achso. Gut. Der hat mich trotzdem hier rausgeworfen, nach dem äh... Letzten. Aber... Gut. Danke dir, Digga. Aber hier war ich ja noch nicht, ne? Das ist jetzt, äh... Genau. Ne. Hier sind wir jetzt woanders. Ich kam... Wo kam ich denn raus? Von da hinten kam ich. Dann wollte ich hier raus. Genau. Und dann war das Ding leider schon zu. Das heißt, ich muss jetzt irgendeinen Weg finden, an den Dingern vorbeizuschleiden. Oh, sieht das krass aus. Können wir mal einen Moment nehmen, um einfach die Location zu appreciaten? Wie cool das... Einfach irgendwie designt und gestaltet ist. Pizzaplex gratis Eintrittskarte. In der Nähe des Haupteingangs sollte ich fündig werden. Okay. Ich mein, das ist hier der Main Entrance. Mal gucken, äh... Was jetzt irgendwie... Hier in Nähe sein soll. Irgendein offizieller Ort? Oder... Hat Freddy vielleicht eine gesehen, die... Hier so rumliegt? Hm. Ich denke mal eher irgendwie an so einer offiziellen Stelle. Ich hab die Grafik jetzt mal ein bisschen runtergestellt. So auf Medium. Und hatte gehofft, eigentlich diese Lags würden aufhören. Aber... Das Spiel ist nicht ganz geil optimiert. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist leicht ärgerlich. Und das Zurückstellen bringt's halt nicht. Also es liegt halt weder an meinem PC noch, äh... Der schafft das alles gut, aber... Ja. Sieg halt einfach am Game. Sorry auf jeden Fall dafür, wenn das hier mal immer so ein bisschen stottert. Okay. Nähe des Haupteingangs. Ich würde fast sagen, hier in diesen kleinen... Booths. Aber da komm ich irgendwie nicht hin. Und hier vielleicht auch nicht? Hm. Nee, komm ich nicht drüber. Aber Freddy sagt auch nichts. Okay. Oh, warte mal. Ach, hier! Boah, ich seh das immer nicht, Alter. Guck mal. Gratis Eintrittskarte! Yippie! Ja, yeah! Okay! Let's go! Auf zum Pizza Place! Da sieht's nicht aus, als würde man da hingehen, um zu essen. Aber... Oh, warte mal. Ich lad mal kurz meine Ausdauer wieder auf. Shhhh! Wie so laut! Was? Nicht die Pizzeria? Was denn? Oh, okay. Ich muss die Karte aufladen... Also, quasi upgraden. Kompass in einen Upgrade... Upgrade-Apparat anschließen. Oh, okay. Ich muss die Karte aufladen... Oh! Oh! Chica ist hier! Die ist da oben! Ich muss die Tasche nehmen. Für irgendein... Ein anderes Outfit oder sowas. Ich weiß es nicht. Oh, ich kann mich hier verstecken! Wie geil! Was ist das? So ein Kinderwagen-Ding? Ja... Was ähnliches. Da fahren die Leute ihre Plagen mit umher. Ich muss da wahrscheinlich hoch, ne? Ich könnte ja mal gucken. Äh, ist das... Ist das auf der... Ist das auf den Camps irgendwie markiert? Markiert. Die kommt jetzt hier hoch. Oh, ich hab Angst, dass sie hier runterkommt. Ich geh mal den anderen Weg hinauf. Exit. Warte mal. Da will ich erst mal hin. Ich will hier möglichst alles exploren. Ich weiß, das Spiel geht dann halt... Wird sich halt vielleicht eine ganze Weile ziehen, aber... Ich will halt nicht so viel verpassen. Sicherheitspassstuppe 2 erforderlich. Okay. Boah, das heißt aber, wir kommen... Und wir kommen auch hier überall... Dann immer noch mal hin. Oh, sie kommt runter. Oh... Oh! Ich glaub, äh... Auf der... Reichweite kann sie mich nicht detecten, richtig? Ich glaub, das wär ein bisschen zu krass. Hier kann ich mich bestimmt noch verstecken. In diesem Fotoboost. Ja, ja, ja. Super nice. Der Kundendienst kann ich dir upgraden. Oh, sie kommt gleich wieder hoch. Okay, Free Price. Das ist... Irgendein Rätsel. Warte mal. Kann ich hier rein? Sicherheitsschufe 1 pass. Was da? Daycare. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Man sieht es den Dingern nicht an, mit denen man interagieren kann. Unser Freundesicherheitspersonal kann dir helfen. Oh, ich will keine Hilfe. Okay. Kita-Pass erforderlich. Hier kann ich noch rum. Glamour-Gifts! Okay. Hier muss ich rein. Ja, geht... Oh. Oh, no. Oh, Alter! Bist du blind? Was bist du für ein dämlicher Sicherheitsreporter? I mean... Ich hab dich so gemeint. Du bist Spitzenklasse. Du sollst befördert werden. Sofort Upgrade. Ah! Oh, fuck! Holy Shit! No! Oh, Alter hat mich das geschickt gerade! No! Nirgendwo! Fuck, sie hat's gesehen! Hat sie nicht! Oh, ey! Okay! Das Spiel wirklich so übelst krass in Sicherheit, dass du da gar nicht mit rechnest, dass das irgendwie übelst krass wird gleich. Meine Phrase! Zum Glück kommt das Ding hier. Oh, das hat Räder! Das heißt, es kommt die Treppe nicht lang. Hoffe ich! Das rede ich mir ein! Äh, es ist ein kräppiges Mr. Hippo-Kühlschrank-Magnet. Wie bescheuert, ey! Nie, weil die Kinder freuen sich da drüber über den Crap. Ich bin sorry, Gregory. Ich bin wirklich kräftig. Ah, ja, 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 ja. Ich muss da wieder durch. Okay, damit kann ich halt oben rein, richtig? Irgendwo? Oh, die kommt jetzt wieder. Oh, das ist übelst asozial hier! Ich muss mich hier vorbeischleichen. Sonst muss ich, glaube ich, wieder runterrennen. Ich habe hier keine Möglichkeit gesehen, mich zu verstecken. Scheiße! Also, das ist die Pfade, ne, von dem Kack-Ding. Uh, let's go! Kommt sie hier hoch? Die latscht da unten lang, ne? Ja, die latscht da unten lang, okay. Okay, let's go! Warte mal. Kita-Pass, okay, das war es nicht. Ich glaube, es war da hinten. Ich muss mich, glaube ich, hier in dem Fotobooth mal verstecken. Ah, wo kann ich denn damit hin? Oh, no! Rennen! Fuck! Da kann ich mich nicht verstecken. Shit, 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 hier rennen! No! Die kommen! Ihr habt schon wieder eine E-Mail gekriegt, Leute. Ah! Nürgen, zwei! Fuck! Alter! Geile Hose, Digga! Soll zu den Pfadfeldern gehen. Hahaha! Das macht Spaß, ey! Das ist cool! Weil überall sieht es interessant aus, man möchte sich umgucken. Aber man kann nicht. Alter, ich habe so Angst. Ist sie jetzt wieder raus? Ich weiß nicht. Ich sehe es hier nicht. Ich glaube, sie ist rausgegangen. Oh, thank God! Oh, man! Ich gehe da auf jeden Fall nochmal hochgucken. Hier ist doch eine Maschine vielleicht. Ich sehe so aus. Oh, that lets me unhappy. Äh, upgrade your full access pass. Ja! Da musst du hin! Error! What?! Äh, äh, was?! Das ist jetzt eine Art Kita-Pass? Also ich habe schon wieder das System gehackt. Alles klar, ich muss wieder hoch. Ich habe jetzt aus dem Magneten irgendwie einen Kita-Pass gemacht. Fragt nicht, Leute. Stellt einfach keine Fragen und wir sind alle zufrieden, ja? Wir müssen auch nicht alles wissen oder verstehen. Das passt schon so. So. Ich schaue mich hier nochmal kurz um. Nicht, dass ich irgendwas... Sonny Bowl? Der ist so komisch markiert. Gibt es da irgendwas? Hier ist auf jeden Fall wieder eine vergessene Tasche. Mit einem Outfit oder so. Ich weiß gar nicht, wie man die... Äh, was kann man damit machen? Oh, warte mal. Hier sind auf jeden Fall immer neue Nachrichten drin. Äh, leicht verdientes Geld. Mein Cousin hat da gearbeitet. Der meinte, dass Magneten die Ticketmaschinen schrotten. Hätte ich mal vorher lesen müssen. Geh einfach zum Fastpad über der Hintertür gelangst und zum Kundenservice, wo du einen Stapel Tickets erkattern kannst. Ich warte draußen auf dich. Falls du irgendwelche Roboter hörst, warte einfach bis sie weg sind. Dir passiert schon nichts. Hi Dave. Kundenbeschwerde. Ihr solltet Dave rauswerfen. Ernstenscheiß. Hehehe. Hehehe. Okay, cool. Ne, passt schon. Die Kita-Pass sind die Kita gelangen. Sehr gut. Oh, kommt sie jetzt hier rein? Ich glaube, die ist so intelligent. Um zu checken, wo ich bin und dann die Bereiche genau abzuklappern, oder? Oh, 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 oh. Also, ich meine, ich hoffe es nicht. Aber ich bin immer dabei, Gegnern ein bisschen weniger Gehirnen zuzutrauen, als sie haben. Boah, ich muss mir das hier alles merken. Kann ich sowieso nicht. Das Spiel sieht mega gigantisch aus. Die wird auf jeden Fall nicht mehr hier sein. Küche, wollte ich mich nochmal kurz umgucken. Gäbe es hier eine Möglichkeit, sich zu verstecken? Hier. Ja, das muss man halt wissen, ne? Hier ist noch ein Geschenk. Was haben wir da? Glam Chicaplush. Nice, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich meine, das könnte irgendwas Sinnvolles sein. Ach, hier könnte ich mich doch verstecken. Ich war nur... Ah, ich hab das nicht richtig... Uh! Oh, Alter. Alter. Krass. Hoch, hoch mit dir. Hui! Oh, oh! Fucky, 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 yo! Fuck! Alter, kam die die Treppe hochgeflitzt. Meine Fresse. Okay, die gehen aber gleich weg. Das nervt nicht so arg. Das ist auf jeden Fall cool. Wie komm ich denn da vorbei jetzt? Die sind schrecklich, diese Robo-Dinger. No! Ich glaub, der kommt hier hinten nicht lang. Oh, Fiech! Wetten, der fährt mir gleich in den Nacken rum. Ich würde Chica draußen. Ich muss zur anderen Seite. Da ist die Kita. Okay, sie geht runter. Awesome. Zum Glück kann ich mich hier noch verstecken. So. Superstar Daycare Pickup. Yippie! Wie krass das alles aussieht. Oh no, nirgendwo. Ich bin schon langsam wieder zu Hause. Mein Vater ist Profi-Wrestler. Denk ich nicht mit ihm an. Und mit so Haaren auch nicht. Ich sag's dir einmal im Guten. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Präsent für mich, oder? Stimmt. I don't know. Der kommt jetzt bestimmt wieder hierher. Ich geb mich in jedem Raum umschauen. Da! Genau deswegen. That's why. Sonst spammt ihm wieder die Kommentare voll. Du hast die Tasche da ein Herrenklosett übersehen. Und ich so. Oh nein. Ich muss ins Herrenklosett. Und so. Und dann. Naja. Freddy namens schon. Yippie! Die kannst du mir gleich. Es wäre geil. Wenn das Spiel so die Postadresse hätte. Und dann landen die einfach im Briefkasten. Wäre cool. Leicht verdientes Geld. Mein Cousin. Hallo Gregory. Warte mal. Nächtliche Ängste. Kundenbeschwerde. Mein Sohn hatte noch nie Schlafprobleme. Nach einem Abend in der Kita weigert er sich jetzt einzuschlafen. Wenn kein Licht brennt. Er weint und weint und weint. Und dann weint er dann weiter. Und wenn ich da noch das Licht anlasse, macht er ins Bett. Warum hat meine Mutter den Ding geschrieben weiter? Was soll das? Ei. Das sind wie so diese so kleine Jawas. Irgendwie aus Star Wars. Irgendjemand die Vibes. Ich weiß nicht. Alter. Hier zum Daycare. So. Hier abgeben. Wenn die Erwachsenen unten Spaß haben. Hier mit den ganzen anderen Kindern. Ich weiß nicht. Ob ich es feiern würde. Oder ob ich es mega karg und langweilig finden würde. Keine Ahnung. Aber awesome sieht es aus. Die kann ich jetzt mal speichern. Da hinten kann ich Geld abheben. Nice. Du würdest doch noch was mit dem Popcorn hier, Leute. Bayern. Ja. Mach mal halb lang. Ich war hier noch nicht überall. Ich habe diverse Sporttaschen noch übersehen. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube hier ist alles. Einfach bloß eine Riesenfläche. Deswegen ist das Spiel auch 78 GB groß. Oder sowas. Hi. Dich kenne ich doch aus dem Trailer. Oh, ich bin zu weit entfernt. Sicherheitsabzeichen am Security Desk. Ein Sicherheitsstisch in der Kita finden. Das ist eine strange Kita, Alter. Okay. Ich weiß es jetzt. Sicherheitsdesk. Hm. Oh. Sliding too far. Nee. I'm not too sure. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Sollte ich in den Spaß rutschen, Leute? Eigentlich in den Kommentarbereich. Nee. Ich mache das schon gleich noch. Warte mal. Nur, dass hier halt nichts ist. Okay. Und hier? Ah, da komme ich nicht. Ich muss rutschen. Let's go. Ui. Da könnte man jetzt guten Jumpscare hin machen. Oh, guck mal, Alter. Ha, ha, ha. What? Sonne. Raus hier. Nee, ich will nicht mit dir baden. Jagt der mich jetzt? Alter, das ist unheimlich. Nee, oh, fuck. Alter, das ist ganz schön hässlich, Alter. Wer ist hier mit seinem Schracker übers Gesicht gefahren? Mama, ich bin nach Hause. Die Lichter sollen anbleiben. Es gibt nur... Okay, ich kann nicht wieder ins Bällebad. Was macht der denn? Kann ich hier ablenken? Okay, ich muss ihn immer wieder ablenken. Der labert aber auch irgendwas von Licht. Oh, ich kann hier rein. Alter, wie großartig. Ich glaube, hier bin ich erst mal... Hier bin ich safe? Wahrscheinlich. Ich kann hier nicht weiter hoch. Schade. Ui. No. Ach, du Assi. Der bringt mich zurück, ne? Okay, ich begreife, wie das Spiel funktioniert. Haha, du Vollidiot. Wie dumm das ist. Oh, oh, guck mal. Könnte sein, dass ich da irgendwie hin muss. Oh. Generator. Mit dem kann ich leider nicht interagieren. Ey, stell dir mal vor, deine Eltern rufen dich hier so. Und du kommst halt einfach auch eine Dreiviertelstunde nicht raus. Nicht, weil du nicht willst. Sondern, weil du einfach dich verirrt hast. Du weißt nicht, wo lang. Das ist voll gefährlich. Hier sind bestimmt schon Kinder. Die waren einst hier. Irgendwie vor 40 Jahren. Die sind mittlerweile im Rentenalter angekommen. Uh. Ja, nimm mich mal raus, Alter. Solange ich nicht selber laufen muss. Ich glaube, ich muss hier weg. Ah, warte mal. Hier ist ein Speicherpunkt. Vielleicht bin ich ja hier doch richtig. Ach, Mann, du nervst. Der nervt übelst, Alter. Okay. Ich speichere hier. Oh, er sagt mir gerade was. Dieser Bereich ist gesperrt. Ich bin hier schon ziemlich richtig, Alter. Gesperrte Bereiche sind meine Leidenschaft, ey. Das würde ich auch noch rausfinden. Hm. Das heißt? Oh, Security. Also hier müsste doch irgendwie was sein, oder? Alter, wo denn? Oh. Hier ist ein Schalter. Da kann ich Freddy reinlassen. Okay, ich bin hier richtig. Okay, wo ist was? Wo ist was? Einsammeln? Wo denn? Ach, Taschenlampe. Ach, hier. Oh. Oh, das war echt so schwer zu... Was ist jetzt los? Ich weiß nicht, warum sich die Musik jetzt gerade so krass verändert hat. Oh, hier. Ah, Sicherheitsabzeichen. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt hier vorne Freddy reinlassen. Aber der nervt, Alter. Ah, der ist sofort... Ich wusste nicht, dass das passiert, Mann. Okay, jetzt rastet der Außenwirt böse, ne? Ich bin ein großer Junge. Oh Gott. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber die Lichter sind in der Tagesordnung. Du musst die emergency Backup-Generators finden und sie aufhören. Sie sind in den Spielstrukturen. Ach, du Scheiße! Alter, ist das furchtbar! Wie kann ich mich denn vor dem verstecken? Wie kann ich jetzt hier weg? No! Rennen! Fuck! Die rutsche hoch! Schnell! Oh, Alter! Puh! Noch die Taschenampe an. Ich muss damit übelst gut aushalten. Ich muss mir das sparen. Ihr wisst Bescheid. Okay, ich bin mir nicht sicher, wie viele Generatoren ich anmachen muss. Ich habe drei gesehen. Und ich glaube, ich bin auf jeden Fall unterwegs hier zu einem. Muss mal schauen. Zum Glück zeigt ihr das, also beziehungsweise zum Glück habe ich mir das, sag ich jetzt mal. Vorher so ein bisschen gezeigt hier vom Game. Was nicht heißt, dass ich weiß, wo ich hin muss, aber... Oh Gott! Da ist was. Hier ist was in der Nähe, glaube ich. Ich habe das hier gesehen. Kommt der hierher? Okay, eins von fünf. Fünf Gents gibt's. Ach du liebes bisschen. Also ein bisschen Licht ist an. Nützt mir das irgendwas? Okay, das ist ja eine kranke Stelle. Oh! Oh, Alter! Und wenn ich... Also, I mean, wenn ich sterbe, muss ich nochmal komplett anfangen? No! Fuck! Let's go! Oh, ich kann ihn ablenken! Ich muss da rein. Ich muss da rein! Hm, hier ist noch ein Gen. Uh! Okay, ich kann den mit den Dingern auch nochmal ablenken. Der funktioniert genauso, wie der andere vorher auch schon funktioniert. Ich meine, das ist der gleiche. Aber krasse Idee von Animatronic. Meine Güte! So, jetzt habe ich zwei von fünf. Mal gucken, ob ich hier irgendwie noch hoch kann. Hier ist noch einer. Okay, drei von fünf. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Ich glaube, das sind genau die, die ich gefunden habe. Es könnte sein, dass die hier gar nicht mehr sind. Ich kann mich halt so ein bisschen an den Kabeln orientieren. Aber dann musste ich da runter. Am liebsten wäre es mir natürlich gewesen. Ich hätte schon alle gefunden. Aber ich meine, für den Luxus ist es jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Ah! No! Fuck you! What? Nicht dein Ernst? Muss ich jetzt nochmal? Nein! Oh, wie reulich ist das? Ach du Kacke! Das war unfair. Ich habe... Oh no! Okay, ich kann nicht mal speichern zwischendurch. What? Okay, das wird jetzt ganz schön schwer, ey. Ich habe erst zwei. Puh! Okay. Hier ist noch einer. In der Mitte von nirgendwo. Und ich glaube... Da kommt der ja nicht durch. Ich glaube, oben muss nur noch einer sein. Da geht auch ein Kabel... Oh! Fuck! Fuck! No! What? Warum kommt der hier hin? Das ist disgusting! Oh, wie soll ich denn jetzt von dem weg? Ich hoffe, der bleibt irgendwo stecken, als er... Seine Visage. Oh no! Oh! Das ist fucking disgusting Dass der da drinnen rumläuft Ist furchtbar, Alter Das ist wirklich übelst schlimm Warum kann der das? Boah, meine Güte Ich kann nicht mal zwischendurch saven, ey Ich kann die nicht schnell genug finden Ich weiß nicht, wo die sind Beziehungsweise, wie ich da hinkomme Oh Mann No Hier unten ist ein Jen Mach ihn an Okay, das sind vier Komm ich hier raus? Ich komm hier nicht mehr raus Komm, Ablenkung Und da muss ich schnell Das war der vorletzte Schnell die Taschenlampe aufladen Puh Boah, ey Ganz, ganz schlimmes Level, ey Meine Fresse Ich hab auch das Gefühl, der wird immer wütender Immer krasser Bitte gib mir, gib mir ein Save No Ich hab null Ich hab zero Checkung, wo der andere Jen ist Zero Keine Ahnung, ey Der müsste irgendwo Ich hoffe, der ist irgendwo da drin Und ich verschwende nicht meine Zeit Ach Das war knapp, Alter Und jetzt Da ist noch ne Rutsche Boah, ich weiß es nicht Ich weiß, ich weiß Bitte komm hier nicht her Bitte nicht Ah, der findet sich im Weg, ne? No Scheiße No, scheiße Rennen Oh, scheiße Nein Ach Oh Hier ist irgendwo der Letzte Uh No Wie komm ich da hoch? Ah Hier komm ich hoch Uh Okay No Geht das hier irgendwo? Komm, 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 komm Okay, hier ist der Letzte Yes Oh Alter Puh Das war Schwer Das war Übel schwer Wenn man das Level nicht in- und auswendig kennt Meine Güte, ey Oh Okay Jetzt speichere ich aber sowas von Boah Das war krass Wenn das jetzt hier alles noch schwerer wird, ey Meine Güte Ich lad mal die Taschenlampe auf Da hab ich ja auch mit zu tun, Mann Ne Stunde Ne Stunde nehm ich auf Sorry Oh nein Ich bin echt verbannt Und darf da nie wieder zurück Oh, scheiße Oh, okay Ja, ja, ich verstehe Wir haben andere Probleme Uh, mach's dir gemütlich Alter, wie Zombies, yo Okay, ähm Ich muss nach oben gehen Ich geh da lang, ey Die sind mir irgendwie unheimlich Oh, krass Okay Zeit im Auge behalten Jeder An jeder Stunde musst du in eine Ladestation Sonst wirst du geschnappt Stationen sind auf der Fast-Karte markiert Okay Ich hab jetzt also Ne Karte sozusagen Ah, wo denn? Komm aus der Kita Gelang zur Ladestation Scheiße, das Ding kommt Äh, wo soll ich denn dann hin? Warte mal Auf der Auf der Auf der Karte ist es eingezeichnet Wo Ich hab aber keine Karte, yo Ähm Ich weiß es nicht Gelang zur Ladestation Aber ich hab keine Karte Du hast gesagt Ich hab ne Karte Oh, Mann Ich weiß gar nicht, wo ich bin Aber warte mal Ne, das ist der Ort nicht Wo ich reingekommen bin, ne Lobby Ich geh mal hier lang Au, ah, da ist die Spiel-Area Verstehe Achso, ich komm jetzt hier Von der anderen Seite Alright, 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 alright Ich könnte hier natürlich auch raus Aber das wär übelst gefährlich Es öffnet sich für mich Ich hoffe, ich passte da wieder unten durch Let's go Da ist ne Ladestation Ist ne Karte ziehen Okay, verstehe Und ich steck jetzt mit in die Wanny Da ist sie No Okay Wir werden bald herausfinden Was es mit ihr auf sich hat Okay, sehr, sehr interessant Danke Freddy Oh, oh Ist der Name Gregory oder Alice Folge nicht dem Kaninchen Alice Ja, du hast noch nicht den YouTube-Kommentar-Bereich Kennengelernt Oh, das aber Das wissen wir noch nicht Was ich aber weiß Ist, dass ich jetzt Fucking gerne speichern würde Solange ich Strom habe und ich dich erreichen kann Okay, okay, okay Ich verstehe Wir müssen quasi in der Connection mit ihm sozusagen Drücke Q und hole so Freddy zur Hilfe Oh, wie krass Okay Ich muss hier raus Ich will mir da kurz speichern Und dann würde ich sagen Mach ich für diese Episode Feierabend, Freunde Das war sehr, sehr spannend Sehr, sehr gruselig Und verdammt schwierig Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen Lasst gerne einen Daumen nach oben da Und bis zur nächsten Runde